Jörg Schwedler, meine Damen und Herren! Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe einen Text dabei, der hat wieder etwas Aktualität gewonnen. Und er heißt, kein Sex mit Nazis. Früher war alles besser. Die Grenzen waren klar abgesteckt. Auf der einen Seite 30 Kameraden. Auf der anderen Seite etwa 2.000 Gegendemonstranten. Dazwischen etwa 3.000 Polizisten. Alles war klar. Dann sangen wir noch ein paar lustige Lieder, wie zum Beispiel Ohne V-Mann wärt ihr nur zu viert. Alles war irgendwie schick. Alles war so einfach. Das ist aber heute nicht mehr so. Ich muss das mal kurz erzählen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin bei der letzten Demo angekommen. Ich bin dann irgendwie da gewesen und dann marschiert nirgendwann los. Und dann fing die auch an zu singen so, hier marschiert der Nationale. Ich so, scheiße, Alter, aber ich war auf der falschen Demo gewesen. Und das kommt immer, wenn man so aufs Handy guckt. Nochmal so zur Information für euch, damit ihr das nicht tut. Heute führen die Autonomen beide Seiten untereinander Krieg. Und normale Gutmenschen wie ich, einer Bin, meiden diese Schlachtfelder inzwischen wie Zyklopen das 3D-Kino. Und nun erfährt man auch noch, dass der Verfassungsschutz nicht mal absolut gar keine relevanten Informationen bekommen hat, sondern die Nazis auch noch über Jahre hinweg finanziell saniert hat. Also entweder der Verfassungsschutz ist komplett verblödet oder, ach, hoffen wir einfach, dass er verblödet ist. Auf einer der letzten Demos sah ich dann ein Shirt mit der Aufschrift, kein Sex mit Nazis. Das ist mal eine interessante These. Kein Sex mit Nazis. Das könnte man durchaus als Drohung durchgehen lassen. Gerade in den jungen Jahren eines durchschnittlichen Nachwuchs-Nazis, der dieses Shirt sieht und noch nicht ganz gefestigt ist, sicherlich ein probates Mittel. Andererseits, vielleicht könnt ihr auch genau das Gegenteil mehr Erfolg haben. Wenn nämlich so ein junges Ding demselben Nachwuchs-Nazi einen bläst. Und dann kurz vorm nationalen August innehüllt und sagt, So mein Junge, Fortsetzung folgt, wenn du mindestens 20 Millimeter Haare hast. Hätte das vielleicht größeren Erfolg. Und eine Frau, die einen Mann ordentlich herannimmt, hat wirklich große Macht. In Deutschland sieht man das ganz gut bei den Blumengeschäften. Ein ganzer Industriezweig lebt nur von Männern, die Sex haben möchten. So richtige Frauen können, wenn sie möchten, ihre Waffen gezielt einsetzen, einfach alles haben. Und das kann wirklich von Vorteil sein. Wie viel Scheiße wäre uns dann zum Beispiel erspart geblieben, wenn zum Beispiel dieser Herr Hitler rechtzeitig so eine Braut am Start gehabt hätte. Nicht so einen dressierten Napfkuchen wie Eva Braun. Nein, so ein richtiges Weibsbild. Eine Frau wie ein Peitschenhieb. Ein Oral-Apostel. Dann hätte der gar keine Zeit für irgendwelche Flausen gehabt. Und so eine Beziehung entwickelt sich dann natürlich auch weiter. Ehe. Was passiert denn dann, wenn Herr Hitler wieder mal spät nachts nach Hause kommt und sich dann heimlich in das gemeinsame Ehebett schleichen möchte? Ihr solltet euch jetzt auch Hitler unbedingt im Pyjama vorstellen. Wahrscheinlich wäre Frau Peitschenhieb aufgewacht und hätte Herrn Hitler mal ordentlich den Scheitel gewaschen. Du, Adolf! Warum kommst du jetzt erst nach Hause? Sag mal, du stinkst doch schon wieder nach Rauch. Hast du schon wieder einen Krieg angefangen? Hä? Dieser Josef und dieser dicke Herrmann sind kein guter Umgang für dich. Und außerdem wolltest du die Waschmaschine reparieren. Und solange du die Waschmaschine nicht repariert hast, kannst du Sex abschreiben. Abschreiben. Und überhaupt, wie siehst du aus, rasier dich mal wieder. Und ich schwöre, wenn besagte Frau Peitschenhieb in der Kiste nur im Ansatz so drauf gewesen wäre, wie ich es als Schreiber im Kopf hatte während des Aufschreibens, wäre Herr Hitler noch in derselben Nacht in einen Blaumann geschlüpft. Und wenn dann Goebbels am nächsten Tag angerufen hätte, würde man am anderen Ende der Leitung nur einen kleinen, lauten, frisch rasierten Mann hören. Doch, jazza. Nein, ich kann nicht. Nein, jazza, heute wird es bei mir nichts. Ich habe meiner Frau versprochen, gemeinsam Kerzen in einem schwedischen Möbelhaus zu erwärmen. Und ein paar Anrufe später hätte Goebbels mit ein paar neuen Freunden eine gut funktionierende Werbeagentur aufgemacht. Rudolf Hess hätte Sozialpädagogik studiert. Heinrich Himmler hätte Kastanienmännchen gezüchtigt. Und Hermann Göring wäre der Erfinder von Nordic Walking und Pilatus-Training geworden. Aber nee, so war die Kack am Dampf und alles nur, weil Herr Hitler keinen Luder zur Frau hatte. Da muss man doch draus lernen. Ich befürchte allerdings, wenn nun der Verfassung schützt, statt Geld den Nazis weiterhin zum offenen Fenster reinzuschmeißen, anfängt, den Sex für diese gezielt zu subventionieren, dass wir dann noch viel mehr Nazis hätten. Das ist ein Teufelskreis. Vielleicht sollte man jetzt, wo man wirklich alles versucht hat, einfach mal versuchen, mehr Förderung für Bildung und Kultur in Betracht zu ziehen. Vielen Dank. Ihr Applaus für unseren ersten Starter Jörg Schleder, meine Damen und Herren. Und halten Sie den Applaus, begrüßen Sie ihn.